Ich lerne Deutsch. Nummer 12042 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich interessiere mich besonders für die Romane dieses Autors. Ich kaufe jedes seiner neuen Bücher. Kinder entwickeln ihre Ausdauer spielerisch beim Toben und Rennen im Freien. Hundefriseure reinigen die Ohren von Hunden. Hundefriseure reinigen die Ohren von Hunden. Hundefriseure reinigen die Ohren von Hunden. Das Studium der Betriebswirtschaftslehre qualifiziert mich für die Tätigkeit als Geschäftsführerin. Du kannst den Beitrag ganz einfach per Kreditkarte bezahlen. Bargeld gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Du kannst den Beitrag ganz einfach per Kreditkarte bezahlen. Bargeld gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Du kannst den Beitrag ganz einfach per Kreditkarte bezahlen. Bargeld gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Ich leite eine Kfz-Werkstatt und habe keine Angst davor, mir die Hände schmutzig zu machen. Es ist so frustrierend. Das Auto ist stehen geblieben. Ich rufe den Automobilclub an. Es ist so frustrierend. Das Auto ist stehen geblieben. Ich rufe den Automobilclub an. Es ist so frustrierend. Das Auto ist stehen geblieben. Ich rufe den Automobilclub an. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich rufe den Automobilclub an.